Hi, danke fürs Einschalten. Maulstadt Domas neues Album Belaya Polosa ist ein Album, das genau so klingt. Wenn euch gefällt, wie das aussieht, so klingt dieses Album. Es ist ein komisches, großes, futuristisches Haus mit einer großen, leeren Halle, in der sehr, sehr krasser Hall existiert. Dieses Haus ist verflucht gefühlt. Wenn man da reinkommt, dann wird man bombardiert mit komischen, religiösen Chorgesängen und das ist gemixt mit Synth-Pop und Deppish-Mode-Songs gefühlt. Und das alles auf Russisch. Mein Lieblingssong ist der erste Song, den ich nicht mal anfangen werde zu versuchen, wie er ausgesprochen wird.